Also, wir erzählen euch jetzt die Geschichte von zwei Jungs in Australien. Die Brüder Brown. Die Zwillinge Brown sahen genau gleich aus. Sie hatten die gleichen Haare, die gleiche Nase, die gleichen Augen. Wenn sie lachen, machen sie so. Und wenn sie böse sind, so. Aber, obwohl Adam Brown nur zwei Minuten vor seinem Zwillingsbrot auf die Welt kam, wurde er genau genommen an einem anderen Tag, in einem anderen Monat, Jahr, Jahrzehnt, Jahrhundert und Jahrtausend geworden. Ja, aber nicht, dass das jetzt irgendwie wichtig wäre. Und ob das wichtig war. Das war der Moment, als mir alles klar wurde. Es wurde Zeit für eine Veränderung. Also fasste ich einen Beschluss. Ich beschloss jetzt, jeden Morgen aufzuwachen und mir einen neuen, total coolen Plan einfallen zu lassen. Und den würde ich dann so lange durchziehen, bis ich selber cool wäre. Also, ich beschloss nicht er zu werden. Mein cooler, zwei Minuten älterer Bruder, Adam Brown. Ich beschloss, aufzuholen. Der Äquator und Grenzen, die Pferde verschoben, der eiserne Vorhang wird angehoben. Und das coolste Ding, soweit ich weiß, wir waren am Anfang. Oh nein, gleich. Du hast meine Identität gestohlen. Niemand kommt ungestrampft davon, wenn er die Identität von jemand anders stiehlt. Weil am Ende musst du ja immer wieder zu dir selbst zurück. Und ich hasse es, dich selbst zu sein. Er ist kein Loser, Mike. Du bist einer. Siehst du denn nicht, was für ein talentierter Typ das ist? Und überhaupt, wir sind gerade mal zwölf. Wir haben noch unser ganzes Leben vor uns. Wir können alles werden, absolut alles. Und was immer das auch sein mag, auf jeden Fall werden wir uns immer nahe sein. Wir können alles.